Nicht so schüchtern. Als nächstes kommt ein Lied über Bayern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also die wohnen hier nicht, ne? Also bei den Bayern waren wir. Das nächste Lied ist Anarchie in Oberbayern. Kostkuchen, aber kein Mann. Ein Schatz, wenn wir mit aufhören, sollt in die Dichtung uns auf die Seele zu und weckern ab. Anarchie ist angetan. Und wenn da ein Pfeffer rollen, wenn keiner kann, ein Türkei rollen. Alle Pfeffer war schwarzem und die Grenzen. Doch als erwähnen, die passieren kann, aber kein Alarchie. Anarchie in Oberbayern. Anarchie in Oberbayern. Anarchie in Oberbayern. Was geil ist? Was soll es denn? 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 Was soll es denn?